Liebe Freundinnen und Freunde der Hans-Seidel-Stiftung, das Jahr 2022 war voll mit Herausforderungen. Ich glaube für uns alle, der Krieg in Europa, die hohe Inflation, Energiepreise, die explodiert sind, um nur ein paar Stichworte zu nennen, haben uns ganz besonders gefordert. Jetzt gilt es aber, Ihnen zu halten, Mut zu schöpfen für das neue Jahr. Und deswegen wünsche ich Ihnen ganz persönlich ein gesundes, ein erfolgreiches, ein gesegnetes Jahr 2023, möge es uns allen gelingen, im Privaten wie im Beruflichen, im Politischen, im Gesellschaftlichen, dass es ein gutes Jahr wird. Alles Gute fürs neue Jahr.